Und ich, ich danke dir, Jesus, dass du mich vergeben hast, dass du mich reingewaschen hast, dass ich dein Sohn sein darf und dass mein Name in deinem Buch des ewigen Lebens geschrieben steht. Sende mir den Heiligen Geist, der mich führt und leitet. In Jesu Namen. Amen. Michel, aus welchen Gründen gehst du heute in die Taufe? Ich glaube einfach, dass Jesus Christus unser Herr ist. Ich habe mich jahrelang schon für Religion und auch für die Wissenschaft einfach interessiert. Und ich bin zu den Erkenntnissen gekommen, dass Jesus unser Gott ist. Und ich möchte einfach Ihnen damit auch gewisse Dankbarkeit zeigen. Amen. Also wirst du ihm nie nachfolgen? Genau. Amen. Glaubst du an den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist? Zu 100 Prozent. Glaubst du, dass Jesus Christus Mensch geworden ist? Dass er für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist? Glaube ich aus wirklich tiefstem Herzen. Amen. Und am dritten Tag auferstanden ist und lebt? Auf dein Bekenntnis hin, verhoffe ich dich auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, auf den Namen Jesus Christus, in seinen Tod und die Auferstehung. Er war ein bisschen schwerer Hübsch. Er war ein bisschen schwerer Hübsch. Er war ein bisschen schwerer Hübsch, das ist ja... Wir sind in den unendlichsten Medioch. Den Gehen mit der Herr. Aber ich glaube, in der Name des Vaters, in den Namen des Vaters. Untertitelung des ZDF, 2020